Hoi, ich bin Alex. Der war perfekt. Der war richtig nice. Ja, Mann. Ich dachte gar nicht, ich habe schon gesehen, Wasser oben in die Steckdokterreise. Ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo. Julian gibt die Beatbox, es sieht zu wie dieser Beatdrop. Yo, wir machen jetzt das Samsung Galaxy A51 und vergleichen wir mit dem i9t echt gründlich. Es hat mich wirklich weggebracht von diesem Übernachtladen, sondern einfach nur dann kurz mal einstecken, wenn ihr es braucht. Und ja, ein super... Der Julian, was ist so kündig? Der hat gerade über einstecken gelacht. Er hat es braucht. Wenn man es dann nötig hat. Ihr beide, ihr macht mir übrigens manchmal wahnsinnig, weil manchmal, wenn ihr mich anguckt, dann guckt ihr so nach oben. Ihr guckt so über meine Augen hinweg und ich habe die ganze Zeit wirklich... Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach nicht den Menschen gerne in die Augen gucke. Vor allen Dingen nicht auf... Ja, ich auch. Äh, Sonnen... Okay. Abstand. Und an anderen hässlichen Haaren. Ja, da gerade vor allen Dingen auch. Wenn man sich jetzt die Rückseite genauer ankackt... Ich weiß nicht, ich hasse Microsoft, das ist so ein Ver... Laden. Warum diese jetzt wollen, dass man hier ein ver... Das Microsoft-Konto erstellt? Hunde. Richtige Hunde. Matja sagt, das würde mir auch mal gut tun, um zu lachen. Nee, nee. Wow, Alter. Das lassen wir mal schön machen. Wir machen ja YouTube keine Pornos, was ist los bei dir? Von Xiaomi für Deutschland, beziehungsweise global oder für Europa. Whatever. Die erste kostet... Jetzt bin ich zu heiß. Whatever. Scheiß drauf. Alles egal. Alles wird genommen. Und entsprechend auch die Uhrzeit. Soll das vormittags passieren? Hörst du auf zu gehen, Alter? Wie soll das wieder gehen? Ich verstehe das nicht. Warum gibt's... Alter, ich glaube, ich bin echt einfach ein richtiger Dummbeutel oder so. Wie kann man sowas nicht hinbekommen? Warum scheitere ich an sowas? Warum kann ich das hier alles, aber warum kann ich sowas nicht? Wie soll ich das... Ähm... Leute! Da sind wir schon wieder. Wir sagen überfällig. Ich schreie auch wie die Sch***. Darauf... Ja, du kannst auch mal wieder arbeiten, Anna, ne? Ich sehe... Genau, okay. Was ist denn? Ja, 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 ja. Okay. Den können wir auslösen, indem wir hier lange den Home-Button gedrückt halten. Auch jetzt konntest du nicht connecten, du... Backe! Arro, sie steht dabei für Republic of Gaming. Oder of Gamers. Ähm... Beides okay, Leute. Ja, ich glaube auch. Ja, ähm... Ja. Das interne Zurückspulen. Ja, das muss ich ja auch machen. Das komme ich nicht klar. Was habe ich gerade gesagt? So, wir sliden uns jetzt mal wieder aus dem Video. Ne? Das hier ist das neue Huawei MateBook X mit Vollausstattung. Voll. Vollausstattung. Komplett. Mit allem. Zwiebel, Kraut, Salat. Was machen wir denn? Oh, ja, ich habe einen Plan. Wir machen so. Kuland! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Ja, da sieht man, wie es ausschlägt. Du hast sich angehört wie der Crazy Frog Dei. Ta-da-da-da-da-da. What's going on on? Elixir-e-e-WAY! Copyright claim incoming. Isst du der Crazy Frog vielleicht? So Kinderspharm-mäßig. Ich Punx V Buddhism. Ich lohse es jetzt auch. Okay. Trotzdem kein Geld. Er hat alles versoffen. Er hat alles versoffen mit 12 damit. Es ging so schnell abwärts, wie es aufwärts ging, ich kann dir sagen. Wie im Video von Crazy Frog, da geht es ja auch nur um. Ich bin das beste Handy in ganz China. Das sind Sony-Sensoren größtenteils, bei der Hauptkamera ist es der neue Sony, weiß ich nicht. Wie heißt der denn? Das ist gar nicht nachgedacht. Das ist der neue Sony-Vansili. Keine Ahnung. Hi, hier sind Alex und Tom von China. Jetzt aber. Hi, hier sind Alex und Tom von China. Deswegen gibt es halt immer nur noch so eine Hose, die vielleicht in Frage kommt. So, aber wir wollen nicht über Hoden... Tut mir leid. Slider gegen Dual Display. Wer wird das DL dazu? Slider gegen Dual Display. Wer wird das Duell der Zukunft Smartphones gewinnen? Es geht nicht an! Slider gegen Dual Display. Wer wird das Duell der Zukunft Smartphones gewinnen? Alter, das ist... Ich hab gedrückt und dann gedreht. Lulia nimmt den Ton ab, Alter. Was geht? Ey, hier ist eine Ninja-Flame. Ich bin in the game. Was heißt? EA Sports. Meine Freestyle sind wie ein Mord. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als tschau bis zum nächsten Mal. Peace out. Eier, ciao. Tö töt. Tö töt. Tö töt. Tö töt. Tö töt. Vielen Dank.